so kommt gerade das Flugzeug angeflogen es gibt hier Jets, oder? bestimmt schwierig zu fliegen aber geil weißt du wie hier die Versicherung funktioniert? für das Fahrzeug wenn das kaputt geht und du kriegst ein neues oder wie? ist das einmalig? ich werde jetzt mal einen Heli kaufen, sollte man das vielleicht nehmen so eine Versicherung ich habe da vorne einen Dings gekauft, einen Edgeback das ist denn der hat meine Collage aktualisieren nochmal? da wird meine angezeigt ne, ist wahrscheinlich nur für hier Dingens ne, hier steht auch Kau dran du besitzt kein Fahrzeug du besitzt kein Fahrzeug ne so 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 so